Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist ein Froschfisch. Und er jagt, indem er über den Meeresgrund läuft und ein körpereigene Rute auswirft. Das lockt dann andere Fische an, weil sie meinen, es hätte Würme oder sonst etwas Gutes dran. Froschfisch startet als sehr, sehr kleine Knubbel, könnte aber so gross wie ein Fussball werden. In Thailand gibt es einen Zug, der mit durch den Marktplatz fährt. . . . . Komm, ich kenne ihn! Nein, ich kann ihn! Nein, er hat mich! Im Internet gibt es Videos von Katzen, die auf ihren unteren Rückenbereich geschlagen werden, was ziemlich komisch ist. Aber anscheinend haben sie das mega gerne. Laut Recherchen gehört das bei gewissen Katzen sogar zum normalen Verhalten. Hier siehst du die schnellsten Revolverhilder der Welt. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe euch wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann!